Einen wunderschönen guten Morgen! Es ist Dienstag, wir haben den zweiten Handelstag der Woche wieder mit ein paar richtig tollen Situationen in den ein oder anderen Charts an dieser Stelle. Erst einmal natürlich hier unseren Live-Zuschauen einen grandiosen Start in den Dienstag. Rolf, Ludger, Holger, guten Morgen! Wer einen Wunschmarkt hat, bitte, ich werde mich müde, das zu posten, besprechen wir gerne hier in den Chats. Einfach hinein posten und dann können wir gerne auch auf ein oder anderen Wunschmarkt haben. Was geht heute vorher? Der Risikohinweis, der Handel mit den Wiesen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Guten Morgen, Hans, den gesamten Risikohinweis bitte ich gerne hier zur Kenntnis zu nehmen. Guten Morgen, Hans, meine ich natürlich selbstverständlich. Ja, was geht heute in den Nachrichten, bevor wir in die Charts vom Austral-Dollar, Schweizer Franken, frittischen Front, Kandeller und Silber schauen? Schauen wir natürlich wie immer in die Tagesnachrichten, weil Nachrichten können Märkte bewegen. Hier ein paar Auszüge aus den wichtigen Dingen für den heutigen Tag aus dem Bereich der Eurozone und den USA und ein bisschen Großbritannien ist dabei. Was geht heute? Heute ist Tag der Einkaufsmanager-Indizes, wenn man das gleich auf der langen Liste hier an dieser Stelle sieht. Wir fangen an um 10.30 Uhr aus Großbritannien. Da gibt es den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung im Monat Januar. Um 16 Uhr, auch Relevanz 3, geht das ganze Thema weiter in den USA, der ISM Einkaufsmanager-Index, ebenfalls die Dienstleistungen im Januar. Was geht noch? Um 9.55 Uhr, keine Ahnung, warum das Ding hier eine Relevanz 2 hat, aber gleiches Thema, Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung hier bei uns in Deutschland. Dann gibt es um 11 Uhr noch die Einzelhandelsumsätze und am Nachmittag in den USA natürlich noch ein bisschen was ringsrum um das Thema ISM Einkaufsmanager-Index. Also das heute, die Themen des Tages, viel um die Einkaufsmanager-Indizes. Heute Abend um 22.30 Uhr gibt es dann noch so ein bisschen was zum Öl. Öl ist ja gestern ein ganzes Stück unter die Räder gekommen. Mal gucken, wie es ja weitergeht. Gestern war es so, dass die Gewinne, die guten Gewinne vom Freitag allesamt wieder einkassiert wurden. Das passiert jetzt live, das sind die Schwankungen, die wir an der Börse brauchen. Genau das wollen wir ja zum Traden haben. DAX gucken, machen wir. Ich schaue rein, danke für den kleinen Hinweis. Wir gucken uns nachher direkt auch mal den DAX in aktueller Situation noch an. Der kommt ja die letzten Tage nicht so richtig vom Fleck, während die US-Indizes schön nach oben strömen. Gucken wir uns an, kleinen Augenblick. Erst einmal gehen wir rein in die Charts. Steffen, auch dir einen schönen guten Morgen. Und zwar starten wir hier mit, was haben wir da? Australdollar, Schweizer Franken. Herrliche Situation. Gestern hier erste leichte, leichte Anzeichen einer Umkehr. Dann gab es noch mal den Piks nach unten. Was haben wir hier zur Unterseite hin? Wir sehen hier, wie auch Supportbereiche gut und gerne in Aufwärtstrans wirken. Und zwar, ich spreche es ja immer wieder an, es gibt immer wieder Punkte, da laufen Märkte richtig ran. Das hat nichts mit Mathematik zu tun. Das ist einfach das Verhalten innerhalb von Trends. Und das ist das Level hier, um so ein Ausbruchslevel. Das war der Bereich um die 0,71, 7,3,9. Beziehungsweise hier hatten wir dann noch dieses Bruchlevel. Da ist diese Bewegung drüber gegangen. Das heißt, dieser untergeordnet gebildete Aufwärtstrend hat jetzt gewuppt, dieses Korrektur hoch hier rauszunehmen. Und er strebt weiter nach oben. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön zu sehen in diesem Markt hier im Austral-Dollar, Schweizer Franken. Jetzt kommt es darauf an. Der Markt ist wieder über das alte Trend hoch drüber gegangen und notiert momentan an diesem Tageshoch von hier drüben um die Marke von 0,72, 5, 3, 7. Das ist das Hoch hier. Wenn wir da drüber laufen, dann haben wir die Tür offen. Und zwar wohin? Hier in diesem Hochbereich. Da liegt nichts mehr dazwischen. Das heißt, da hat der Markt, wenn es keine negativen Meldungen gibt, Zeit, sich zu entfalten, nach oben anzulaufen. Es liegen noch ein paar Tageshochs dazwischen. Möglicherweise gelten die als Unterstützung. Hier lief der Trend auch schön nach unten. Wobei, das hat in diesem jetzigen Maße nicht mehr die Relevanz wie diese ganz, ganz naheliegenden Tageshochs. Aber es sind Anlaufpunkte im Chart, die vielleicht der Markt gut und gerne mal mit in Betracht zieht, dort etwas zu tun. Auf alle Fälle der Weg da nach oben hin. Erst einmal frei hier die Marke von 0,73, 7,64 mit anzulaufen. Gucken wir uns mal kurz im Wochenbild an. Da haben wir nämlich auch eine Marke, die ist dann für weitere Zeiten, also nicht für heute und morgen wahrscheinlich, aber für etwas später auch relevant. Warum? Diese Bereich hier oben, das ist das letzte Korrekturhoch hier in diesem abwärtsgerichteten Markt. Und wenn der Markt dann dort drüber schiebt, dann haben wir nochmal eine ganz, ganz andere Ausgangslage. Also jetzt sehen wir hier weiter schön den Schub nach oben. In diesem Maße natürlich nur korrektiverweise. Aber warum sollen wir das nicht traden, wenn es uns die schönen Möglichkeiten gibt, hier nach oben zu laufen? Wie schon gesagt, hier dieser Punkt, der ist dann sehr, sehr wichtig. Das ist ein Widerstand. Deswegen haben wir den hier auch schon auf der Uhr, um zu gucken, was der Markt da oben macht. Und wie schon gesagt, entweder er dreht rum, läuft wieder runter, dann können wir uns hier diesem ganzen Gebilde wieder angucken. Das heißt, dann fängt die Bewegung nach unten wieder an in Richtung des Abwärtstrends, wird es aber nach oben rausgenommen. Dann haben wir hier natürlich schön die Chance, das Ganze mit nach oben zu traden. Hier sehen wir mal auch, dass es gut ist, dass wir solche Umkehrmuster auch früh genug immer auf der Uhr haben, weil da kann sich wirklich Schönes draus ergeben. Das hier also zum Australdollar, Schweizer Franken aktuell. Wir gucken uns hier an dieser Stelle mal noch die Stunde an, damit wir hier sehen, wo wir gerade stehen. Aktuell in der weiten Bewegung, die sich seitwärts etwas aufbaut. Und dann gucken wir mal noch etwas kleiner zusammen, dass wir dieses Bild mal noch einordnen. Und hier sehen wir einfach, das ist dieser schöne Trend, der hier nach oben läuft. Der hat jetzt wieder korrigiert. Und jetzt, päm, mit einem Schlag nach oben. Das ist der Schlag nach oben. Der ist wichtig. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, was der Markt macht. Bleibt er oben, bleibt er stark, schiebt er gleich wieder drüber, macht er eine Range, geht er etwas tiefer in die Korrektur. Das sind die Sachen, die wir jetzt auf dem Schirm haben müssen, um uns dann hier in der Korrektur zu positionieren und den Schub möglicherweise nach oben auch mit rauszunehmen. Das mal wichtige Marken. Hier hatte ich noch aus der Historie eine Marke drin. Eventuell, wenn dieser Markt hier oben noch tiefer korrigiert hätte, wäre das nach diesem Support, den wir hier sehen bei 0,71, 7,39, der nächste Punkt unten gewesen in Bezug auf diesen Stundentrend. Das heißt, Stundentrend-Händler hätten dann hier nochmal ein Support-Level gehabt. Brauchen wir aber nicht. Alles schick, alles gut. Der Markt lief hier hoch. Also hier gucken wir, was er macht, seitwärts bewegen, tiefere Korrektur oder direkter Durchschmarsch auf alle Fälle. Die Marken, die wichtigen, liegen definitiv aktuell auf der Oberseite hier in diesem Chart. So, nächster Markt. Fritisches Fund. Kandolle auch direkt wieder in den Tagesschart hinein. Hier sehen wir etwas sehr, sehr, sehr Interessantes. Was ist interessant? Diejenigen, die hier schon eine Weile zuschauen, wissen, was da für mich interessant ist. Wir haben jetzt hier einen Markt, der tendenziell aufwärts gerichtet ist. Wir sehen hier unten ansteigende Tiefkurse. Wir sehen hier oben ansteigende Hochpunkte. Ich habe hier mal die ganzen starken Bewegungen nach oben mit eingezogen. Auch wenn das hier natürlich nicht richtig ist im Sinne der Trendtechnik. Heißt also, wir brauchen ja höhere Hochs, um so einen Zacken mitzumachen. Hier sind wir natürlich nicht drüber gelaufen. Das war ein untergeordneter Zacker. Aber da sehen wir mal, wie viel Potenzial auch hier dazwischen liegt. Und wir haben halt mit diesem untergeordneten Zacken hier oben, trotz dass es noch kein höheres Hoch gewesen ist, am Ende dieser korrektiven Phase ein höheres Tief gemacht. Was dann dazu geführt hat, dass wir hier auch weiter ansteigende Hochkurse hatten. Das gleiche hatten wir hier. Wir sehen in diesem Bilde, in diesem Zusammenhang auch, da muss ich mal kurz etwas kleiner zoomen, dass wir hier oben um die Marke von knapp über den Daumen 1,74,8 einen Widerstand liegen haben. Wo der Markt da bis dato noch nicht so richtig drüber wollte. Mal sehen, wie es beim nächsten Mal ist. Aber, und das ist der Punkt, weshalb das Ganze für mich momentan hier an dieser Stelle so interessant ist, es ist die aktuelle Lage, wie wir sie hier haben. Der Markt strömt hier massiv nach unten. Wir hatten gestern gesehen, erst mal so ein bisschen Anzeichen, der Markt will wirklich hoch. Der Markt wollte hier gestern auch wirklich hoch, ist aber dann wieder komplett runtergegangen. Läuft jetzt aber so ein bisschen seitwärts. Also es könnte möglicherweise sein, dass man hier einen Umbruchversuch im Markt schon erkennen kann. Und wenn der natürlich Früchte trägt, und das ist das Schöne, wenn man bei diesen Dingen sowas jetzt früh auf der Uhr hat und tatsächlich hier in Richtungsumschwung kommt, dann kann man früh genug reingehen. Und dann hat man nach oben hin doch einiges liegen, was man mitnehmen kann. Nach unten hin, nächstes Support-Level hier bei 1,70,4,6,5. Wo kommt das her? Das Level kommt hier aus diesem Zwischenschwung. Wir hatten hier den Schub nach oben. Hier, gut, das war hässlich. Nehmen wir den Schub nach oben. Hier, was im Chart möglicherweise das Ganze ist, also wenn wir das Ganze trendtechnisch einnoten, den kleinsten Sachen, ist es natürlich hier Bewegung, Tiefe, Korrektur, Schub nach oben, dann wieder die Korrektur. Und das aktuelle Unterstützungslevel ist dann halt hier die Marke von 1,70,4,6,5. Mal gucken, was hier passiert. Der Markt kann natürlich problemlos noch weiter nach unten gehen. Das gibt dann Potenzial, eventuell hier in diesen laufenden Stundentrend nach unten noch mit einzustecken. Aber wenn er jetzt hier tatsächlich rumdreht, wäre es auch eine gute Chance nach oben hin. Und was hier gestochen und gehauen wird oder umgekehrt, gucken wir uns mal eben in der Stunde an. Und da sehen wir das, was ich gerade auch gesagt habe. Wir haben hier unten so etwas wie eine leichte Bodenbildung. Der Markt versucht immer mal schon den Weg nach oben zu gehen. Ich mache das eben mal etwas enger, dass wir ein bisschen mehr an Chart-Historie sehen. Hier sehen wir nämlich schön den abwärts schwingenden Markt. Das ist die korrektive Phase. Und wenn das Ganze rausgenommen wird, dann haben wir hier wirklich schön das Potenzial, auch mit nach oben zu laufen. Hier dieser Kanal an dieser Stelle, also das kann man natürlich auch noch ein bisschen enger hier ranziehen an diesem Markt, so in etwa. Dann sieht man, wenn das Ganze bricht, ist erst einmal hier kanaltechnisch der Ausbruch da. Das Ganze auf Trendbasis gesehen, sehen wir hier unten tatsächlich eine Bodenbildung. Dann haben wir hier wirklich das Potenzial, dass der Markt nach oben strebt. Und wir sehen halt hier auch dann schöne Anlaufpunkte in diesem Abwärtstrendverlauf hier. Der nächste Punkt hier oben, da ziehe ich gleich mal noch eine Linie drauf. Das wäre dieses Hoch, dieser Hochpick hier um die Marke von 1,71. 1,72.1.6.9 ist es dann hier. Dieser Bereich bei 1,72.4.7.1, beziehungsweise dann hier die 1,72.8.9.0. Hier haben wir noch ein Level und dann haben wir hier oben schon diesen Widerstandsbereich um die Marke von 1,74.8. Das hier auf der Uhr zu haben, möglicherweise geht es ja bald hoch. Wenn nicht, gut, dann schauen wir nach unten, was nach unten noch da ist. Da muss ich hier mal etwas kleiner machen. Das sehen wir dann natürlich auch hier entsprechend, was ich vorhin auch gesagt habe. Hier erste Bewegung, Korrektur, zweite Bewegung, Korrektur. Das heißt, wenn wir tatsächlich hier drunter brechen, dann ist erst einmal noch ein ganz Stückchen Luft bis unten hier. Aus rein technischer Sicht gesehen, hätten wir dann das nächste Korrektur tief. Ich mache die Linie nur mal noch grün, dass das Ganze als Support mit gelten kann. Hier unten könnte dann im Sinne eines Aufwärtsschubes das nächste Support Level warten. Warten wir einfach mal ab, was der Markt hier macht. Und schauen inzwischen auf das nächste. Währungspaar. Und zwar, nö, nicht Währungspaar. Wir sind jetzt im Bereich der Rohstoffe. Und zwar gucken wir mal den Silberpreis an. Gold hatten wir ja vor kurzem da. Silber. Sehr, sehr, sehr interessant, was hier gestern passiert ist. Wir sehen es schon im Stundenchart. Der Markt hat hier untergeordnet wieder einen Aufwärtstrend gebildet. Das ganze Konstrukt schauen wir uns erst einmal im Tagesschart an. Wir hatten hier gestern eine sehr, sehr, sehr schöne Intraday-Umkehr. Das war ein starkes Zeichen. Der Markt ist hier schön nach oben gelaufen. Jetzt kommt es halt darauf an. Finde diese Umkehr denn Bestätigung. Hier, der Markt zeigt uns an. Er ist ja schon mal so ein bisschen hochgelaufen. Wenn das Ganze Bestätigung findet, muss die Stunde sich natürlich nach oben fortsetzen. Und wenn das passiert, dann haben wir erst einmal den Weg nach oben hin. Hier in den Widerstand um die 16,20 Dollar für die Feinunzer Silber liegen. Das heißt, da haben wir schon mal einiges an Fleisch am Knochen dran. Und wer das Ganze noch etwas weiter dann treiben möchte, hier das nächste Hoch aus diesem Trend hier nach unten. Das nächste Korrekt hoch haben wir dann liegen bei der Marke um die 16,48 und hier oben noch ein Widerstand bei 17,30. Das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr weit noch in der Zukunft. Aber wir haben hier in diesem Markt auch bei weiter positiver Entwicklung natürlich deutliche Potenziale nach oben hin, die wir auch sehen können. Sollte es hier nicht zu einer Bestätigung kommen, dass der Markt nach oben läuft, das heißt, die Stunde wieder in sich zusammenbrechen. Wir gucken gleich nochmal in die Stunde. Dann müssen wir einfach schauen. Tagestief von gestern haben wir liegen um die Marke von 15,87 bzw. dann haben wir hier noch ein Tagestief liegen um die 15,60 und hier aus rein trendtechnischer Sicht der Korrekturbereich hier unten, das Korrekturtief bei 15,18. Das also hier hin zur Unterseite in diesem Level. Und ich hatte gesagt, wir schauen uns mal eben die Stunde an und wir haben ja schon gesehen, hier, das ist der Aufwärtsschub gewesen, der Aufwärtstrend. Hier die entsprechenden Korrekturtiefs. Hier ist das Ganze gebrochen worden um dieses Level hier. Ich mache mal kurz das Faden. Also hier kam es zum Trendbruch. Da hat die Korrektur angefangen und das Ganze schwingt sich jetzt so schön entsprechend mit nach unten. Jetzt haben wir hier ersten Gegenschub schon da. Das ist weit gelaufen hier in diesem Bereich. Hier läuft es jetzt hoch. Wenn das Ganze sich weiter fortsetzt, dann haben wir die Chance. Wir treten wieder in einem Aufwärtstrend in Richtung des Tagesaufwärtstrends. Das wäre dann interessant, die Fortsetzung des Ganzen. Selbstverständlich für diejenigen, die diesen Aufwärtstrend als Richtungsgeber nehmen. Wir gucken einfach in die 5 Minuten oder 15 Minuten, was hier passiert nach unten hin. Und wenn wir dann die Umkehr haben, kann man das Ganze schön entsprechend auch nach oben mit Traden hier. Ich gucke mal ganz kurz hier in der Runde noch in die 5 Minuten rein. Da muss ich allerdings mal etwas kleiner gehen, weil damit wir hier das Ganze, was wir auch nach unten betreut haben, auch mal sehen, hier haben wir halt hier in diesem Bereich auch schön den Trend gesehen, den wir auf der Stunde sehen, das Ganze hier und jetzt hier nach oben laufen. Und wenn wir hier diesen kleinen Trend, den wir hier drüben momentan haben, diesen Abwärtstrend, das ist momentan das, was die Korrektur der Stunde ausmacht. Wenn der vorüber geht und wir hier wieder hochdrehen, wäre das dann das Umkehrmuster für den kleinen Aufwärtstrend in der Stunde. Und das Ganze kann sich dann selbstredend in den Tag mit hinein entwickeln, mit allen Potenzialen, die wir an dieser Stelle dann da haben. So, das zu den Handelsideen für den heutigen Tag. Jetzt habe ich noch zwei Wunschmärkte und zwar den DAX und das britische Fund US-Dollar. Wir fangen mal an mit dem DAX, unseren Heimatindex, legen wir gleich mal rein, hier wieder auch in den Tagesschat. Und hier sehen wir das, was ich vorhin auch angesprochen hatte. Wir sehen hier den DAX momentan so ein bisschen letharisch auf der Seite laufen. Wir haben jetzt hier eine Kerze liegen. Ich klemme die mal ganz kurz ein. Wir haben hier oben sozusagen den Außenstab und mit seinem Hoch und hier unten drunter mit seinem Tief. Und wir sehen halt, dass der Markt innerhalb der Tage mit den Eröffnungen nicht wirklich hier richtig aus dem Pott kommt, sich immerhin oder immer weiter in dieser Spanne hier bewegt. Also rein technischer Sicht oder rein technischer Natur hier haben wir hier weiterhin den Aufwärtstrend mit am Laufen, wenn ich das mal ganz kurz zeichnen darf. Also wir haben jetzt hier die Bewegungen und Korrekturen, die sich Stück für Stück nach oben und nach unten hin abwechseln. Ganz klar eine schöne Aneinanderreihung, was in diesem Maße auch wirklich schön zu beobachten ist. Das ist ja sehr, sehr schöne Trendtechnik, die wir hier haben. Und das, was wir hier sehen, ist einfach hier ein Hochpeak. Und jetzt haben wir hier die Seitwärtsphase, wenn man das Ganze mal aus rein technischer Sicht nimmt, ging bis hierhin momentan die Korrektur und läuft dann nach oben. Also rein aus trendtechnischer Sicht ist hier alles in Ordnung. Weiterhin auch die Potenziale nach oben hin da. Wir müssen halt hier oben über die Marke von knapp 11.300 Punkten wieder drüber. Dann haben wir die nächsten Anlaufpunkte, wie wir es im Chart hier drüben sehen, schon auf der rechten Seite hier oben um die 11.570, 11.600 Punkte, beziehungsweise dann hier oben im nächsten Bereich um die 11.700 Punkte. Das ist das, was dann als nächstes auf uns wartet. Und das mal in puncto gesetzt, wenn wir hier das Ganze weiter fortsetzen und das Ganze mal in der Woche anschauen, dann haben wir hier oben halt auch wichtige Bereiche, wo der Markt im Widerstand mit drinnen liegt. Das heißt hier die 11.600, 11.700 Punkte, das ist ja ein Band gewesen, wo wir hier immer wieder auf Widerstande getroffen sind. Wenn wir das richtig wegwuppen, dann ist hier nach oben hin wieder ordentlich Platz. Also hier schauen wir mal, was dazu kommt. Aktuell, wie schon gesagt, da ist nicht wirklich viel los. Es schwankt immer mal. Für die ganz, ganz kurzfristigen Trader gibt das natürlich im Intraday-Bereich immer wieder interessante Marken. Aber wenn wir uns mal den Stunden-Chart hier so anschauen, schick und sauber ist anders. Man muss da wirklich reingucken, dass man in den Kleinzeiteinheiten tradet. Und dann gibt es halt natürlich immer wieder gute Bereiche. Und da positioniert man sich halt am besten immer wieder in den Bereichen, wo der Markt uns halt zeigt, okay, hier oben ist es zu teuer, hier unten ist es zu billig. Dann geht es wieder in den Mittelbereich zurück. Und was der Mittelbereich ist, das sehen wir ja momentan mit bloßem Auge, dass es irgendwo diese Marke hier rum, wo wir momentan immer hin und her schwingen, von der der Markt sich ab und zu mal löst. Kurse drüber haben zu Abverkauf geführt, Kurse drunter zum Rückkehr. Allerdings, wir sehen halt, die Schwankungsbreite wird immer, immer kleiner. Ich nehme an, der Markt wird sich ja irgendwann entscheiden, wann das sein wird. Keine Ahnung. Aber das große Gesamtbild ist auch so, wie ich es letzte Woche Freitag besprochen hatte, weiterhin doch im grünen Bereich zu sehen, auf der Seite nach oben. Jetzt kommt es halt wirklich darauf an, was passiert hier. Wenn man sich mal Unterstützung auch anschauen möchte, hat man halt hier unten um die Marke von 11.000, wo haben wir hier unten das Tief, um die Marke von 11.000 Punkten in etwa einen massiven Support. Oder ich sage nicht massiv, aber einen Support. Und zwar ist der durch zwei Punkte geprägt. Das ist einmal hier dieser Bereich des Ausbruchs hier im Trend. Wartet mal, ich mache das mal ganz kurz in einer anderen Farbe, damit wir das besser sehen können und die Kerzen auch gut sehen können. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal diesen Bereich mit der Trend bildenden Maßnahme hier an dieser Stelle auch, die 11.000 Punkte Marke. Und dann hatten wir diesen Bereich gleich wieder im Rücklauf als Support. Da haben wir gesehen, diese Marke hält. Das heißt, diese Marke hat eine Relevanz im Markt. Und das ist das, was wir hier momentan sehen. Es kann noch ohne weiteres sein, wenn wir diesen Aufwärtstrend hier aufrecht erhalten, dass wir diesen Bereich auch testen. Ansonsten, wie schon gesagt, die Oberseite hier ist halt dazu mal auch die anderen Indizes in den USA beispielsweise auch sehr, sehr schön mit nach oben laufen. Wir sehen es, wie weit oder wie schön sich das Ganze hier auch im S&P 500 fortgestellt hat. Also das sind mal so die Maßgaben hier im DAX. Die Gedanken von mir zum DAX. Und damit schauen wir nochmal auf das Cable. Britisches Pfund, US-Dollar. Auch das hier direkt mit reingezogen. Da hatte ich ja gestern gesagt, wir sind hier im Wochenchart in einer wichtigen Mark oder in einem sehr, sehr wichtigen Bereich, den wir hier oben hatten. Hier auf der Woche, da ist die Woche schön reingelaufen in diesen Bereich hier oben. Wir hatten dieses Support-Band hier oben bzw. dieses Widerstands-Band. Ich habe es mal hier oben reingemacht, wo wir oben gesehen haben, um die 1.317, 1.319 sind wir hier. Nicht drüber hinausgekommen. Es gab dann in der letzten Woche hier auf Wochenbasis eine Umkehrkerze, wo wir sehen, der Markt sucht aktuell so ein kleines bisschen die Bestätigung nach unten, den Weg eher nach unten. Und wenn wir uns das Ganze hier im Tagesschat mal angucken, um auch relevante Marken zu suchen, auch vielleicht für den heutigen Bereich, dann sehen wir hier aktuell, das mache ich einmal etwas größer, dieses Bild, dann sehen wir hier aktuell einfach Folgendes. Wir sehen, dass die Stunde nach unten gerichtet ist und uns hier im Tag hier einen Abwärtstrend gegeben hat. Das heißt, wir sehen jetzt hier das nach unten laufen. Ich mache das eben mal kurz in einer roten Farbe, dass wir das von Kontrast her besser sehen. Wir haben jetzt hier erst einmal einen gegenlaufenden Trend. Also zu dieser starken Aufwärtsbewegung, die wir hier oben hatten, ist das hier absolut die Gegenrichtung, die wir hier gesehen haben. Und wer das Ganze im kurzfristigen Bereich traden will, kann hier gut und gerne die Stunde auch als Anhaltspunkt nehmen. Support-Bereiche haben wir dann da liegen. Und zwar gucken wir mal eben in die Stunde auch mit rein, was wir da liegen haben. Und da sehen wir hier halt sehr, sehr schön diese nach unten laufenden Markt hier. Erster Schub. Und das Ganze, was Sie auf Tagesbasis gesehen haben, sehen wir halt sehr, sehr schön auch in den Trendverläufen hier der Stunde. Momentan sind wir hier in die Bewegung reingelaufen, korrigieren ein bisschen, was wir hier nach unten liegen haben. Bitte hier von diesen grünen Feldern nicht verirren lassen. Das ist im Metatrader so. Der speichert die Objekte, die wir hier reingelegt haben, immer in dem Chart, nicht bei dem Instrument, sondern in dem Chart, in dem wir arbeiten. Da würde ich mich freuen, wenn die Macher vom Metatrader auch an diese Richtung mal denken. Aber es ist halt ein reines Trading-Tool, nicht so gut geeignet für die Chart-Analyse. Deswegen hier bitte nicht beirren lassen. Was haben wir nach unten hin an Marken liegen, die wir beachten sollten? Das wären hier beispielsweise diese Bereiche, um die Korrektur-Tiefs, die wir hier in diesem Aufwärtstrend, den wir hier nach oben gelegen oder laufen haben, sehen. Das wären dann diese Bereiche hier, die ich an dieser Stelle einfach mal miteinander markiere. Und das sind natürlich Anlaufpunkte, wo das ganze Teil nach unten laufen kann und die korrektive Phase weiter nach unten begleiten kann. Also hier ist nach unten hin Potenzial da, ganz klar. Und wenn wir das Ganze mal im Tagesschatten miteinander auch betrachten, dann haben wir hier, hoppala, das ist ein bisschen klein, dann haben wir hier selbstredend auch das Thema der Tagestiefs mitliegen. Das heißt, hier haben wir entsprechend das Tagestief drüben liegen bei der Marke von 1,30, 1,20. Also hier, ich hänge mal kurz die Preisschildchen dran, hier in etwa. Also die Tagestiefs beachten, 1,30, 1,20 hier unten in diesem Bereich. So ungefähr. Dann haben wir hier das nächste, wo ich das Kästchen auch gemacht habe. Das sieht man, das deckelt sich öfter mal ganz gut mit dem, was wir im Stundentrend auch sehen. Das läuft halt auch gut hier unten ran. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen, dass ich hier das Tagestief treffe. Also hier unten diese Marken. Ich hoffe, ich konnte das Ganze etwas näher eingrenzen. Das sind Marken, die haben wir jetzt nach unten da, wo wir möglicherweise gut und gerne wieder rumdrehen können. Das ist hier also im Bereich des Möglichen. Hier haben wir noch einen Bereich, wo wir immer mal einen Boden hatten, also wo der Markt herangelaufen ist und wieder direkt hochgelaufen ist. Das hier unten der Bereich um die Marke von 1,28, 4 in etwa. Da haben wir das Potenzial also schön nach unten laufen. Wenn das Ganze rumdreht, das Ganze natürlich wieder zur Oberseite. Ansonsten, wenn es eine deutliche Überdehnung nach unten wird oder einen deutlichen Schub weiter auch nach unten gibt mit Bewegung und Korrekturen auf der Abseite hier, also auf der Abwärtsseite hier im Tagesschat, da muss man dann natürlich auch immer irgendwie ein bisschen die Verortung hier mit reinnehmen. Das wäre dann wirklich ein bestätigtes Umkehrsignal auf der Wochenbasis und dann Trendfortsetzung der Woche. Und das ist dann der Punkt, da müssen wir uns tatsächlich wieder nach unten hin reinbringen, weil wir hier an dieser Stelle nach unten laufen und das Ganze halt in Richtung des Wochentrends betrachten sollten. Das also hier an dieser Stelle. Gut, dann würde ich sagen, ganz, ganz lieben Dank für diese Zeit heute Morgen wieder. Morgen gibt es die nächsten Nachrichten hier mit den aktuellen Handelsidien wie immer im Blog und dann auf 8 oder um 8.30 Uhr hier an gleicher Stelle in Facebook beziehungsweise über unseren Stream hier live auf GoToWebinar. Bis dahin allen einen angenehmen Tag. Bis morgen. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020